Vielleicht kannst du es mir auch nicht sagen. Ich werde von Wütteln doch. Es ist Kobold gearbeitet. Super. Nein, du hast nicht verstanden. Rauch und Schmutz haben keine Wirkung auf die Knie. Kobold lebern die Tür auf, was es stärkt. Harry, einen Hochhundschutz hast du schon zerstört, oder? Schon nur das Tagebuch in der Kammer beschrecken. Mit einem Basilisten-Gift-Zahn. Was wirst du schlippen, wenn du deiner komischen Perlenhans hast du mit? Bedeifst du denn nicht? Als du dem Basilisten erschrocken bist, in der Kammer der Schrecken, hast du das Schwerpunkt Hütteln, Robinus. Deine Träger ist mit Basilisten nicht gekriegt. Ja, und es nimmt nur auf, was es stärkt. So ist es, und was ist denn Grund? Dann ist Hochhundschutz zerstört. Deswegen dann mir da uns hier verärbt hat. Du bist genial, Jenny. Löffelig. Ich denke nur, und das ist logisch, aber blende ich ungegültig, das heißt nicht aus. Aber das bedeutet nicht, das war was andere über sich. Es gibt nur ein Problem bei der Sache. Das Schwer wurde gestohlen. Ja, ich bin nach hier. Mach ruhig weiter jetzt mal. Lass mich von mir nicht in den Staatsverderungen. Was ist los? Was los ist? Was ist los? Jetzt ist offenbar alles gut. Wenn du was sagen möchtest, nur keine falsche Schall. Buchs raus. Okay, dann buch ich's aus. Ich bin nicht übernetzt. Es ist kein wahr, dass wir jetzt auch noch das verdammte Schwer finden müssen. Ich dachte, du weißt, was auf dich zukommt, Robin. Ich bin nicht übernetzt. So gern mit ihm bringen zu fliegen, hab ich recht? Du bist ein Mann. Bitte. Nimm mit dem Hauptflug ab. Wenn du mich den ganzen Tag umgehabt hättest, bin ich so nicht zu reden. Du weißt nicht, warum ich jede Nacht radiohöhre, oder? Du hast noch gar nichts geschöre. Jimmies Namen. Oder Freds. Oder George. Oder Mom. Glaubst du etwa, dass ich nicht hinhöre? Glaubst du, ich weiß nicht, wie's dir dabei geht. Du hast keine Ahnung, wie's mir geht. Weil deine Eltern tot sind. Du hast keine Familie. Hört auf! Hört auf! Los, dann geh doch! Los, geh! Was ist das? Okay. Okay. Okay.